ARD Text im Auftrag von Funk Hallo! Geile Begrüßung Oh mein Gott Willkommen zu meinem Wiederfolg Wooten City Wooten City Eben mit mir, Branden Und wieder Mein Bruder Die, die Wooten City gesehen haben Die letzten Wooten selber gesehen haben Jackets Warum es geht Wer das ist Das ist mein Bruder Wir sagen es gerne Also Branden Darf ich mal bei deiner Aufnahme an die BBC Was? Was? Darf ich mal bei deiner Aufnahme an die BBC? Hat er so gefragt Und dann ich so Ja Ja, wieso nicht, oder? Gell Travis? Jep So Geile Begrüßung Ich glaube, wir gehen gleich raus Weil wir haben ja ein Ding gefunden Wir haben ja unsere Green-Neder-Wartung gefunden Wir haben ja unsere Green-Neder-Wartung gefunden Mit deiner Aufnahme Das hat mit unserem Texture-Packen Das hat mega komisch ausgesehen Es sieht aus wie eine ganz normale Saune Ja Ah das Wie eine ganz normale Saune Jetzt etwas zu tun Oh nein, das ist auch nicht Go Jep Ich bin ja für den Gast Schnell weg Schnell weg Du bist auf der L121 Ja, ich bin auf der L121 wieder Aber die Andi hat mich ja alles gefütet Ich bin ja schon von der L121 Längstens auf der L130 Lebst du auch drei? Ja Aber wir haben ja genügend in den Geissen Und dann alles was wir machen Ach ich hatte immer so Angst Dass du Ähm 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 Der Partner wegschlug ist Nein Schnell Schnell Zack Oh Schnell Ähäääääääää sind wir wieder daheim Travis Kannst du dich in den Teimer stellen? Das ist schlecht Oh nein Teimer stellen Teimer stellen Aufnehmen Ähm Ich hab dich ein Blösschen Okay Heute Mal Noch einmal. So ist es wieder in die Auferwelt, Mann, nein. Spinne. Tritze. Wir haben schon ein bisschen angefangen. Ja, mein kleiner Bruder ist sehr dumm. Ach, er lacht noch einmal. Was machst du jetzt? Was machen wir jetzt machen? Ja. Jetzt steh mal ein bisschen ab. Was ist das? Die Nettowarze. Ey, die sehen so komisch aus. Ohne Scheisse. So, aber ich brauche das eh nie. Ich wollte es gerade der Eisle zum Foto geben. Wir können dann noch so ein Ding mitbauen. Oder? Oder ein bisschen brauen. Ab einem Punkt dachte ich, er kann mir auch ein Ding brauen. Ja, die Sprungzau. Sprungzau. Mhm. Also du kannst so, wenn du zu viel dringst, dann kannst du auch springen und so. Es gibt auch Hasen rein und alles. Wenn du dir nicht Angst hast, wenn du ganz normalen Abend baust, dann würde ich keine Hölle hier ist oder so. What the fuck? Nein, also ich nicht. Weil ich einfach cool bin, weisst. Steb Slime. Steb Slime jetzt. Oh yeah. Ich bin mit meinem Looting-Sword gerade fünf aus einem Slime-Musik gekriegt. Kaputt. Ey, schau mal an, wir sind einfach so viele Zeugs. Aber ich würde schön das ausmachen. Ich will, ich will das beschriften. Oh nein, das mache ich bei dem Eingang. Und jetzt habe ich hier nicht den Wurzeln. Im Moment da, ich brauche jetzt gar nichts. Ah, doch. Es ist Zero War. Es ist Zero War. Es ist Zero War. Ähm. Welkommen zu... Chaos. Take me away. Zack. Welcome to Chaos. Meine unterirdische Republik heisst Chaos. Also es wird eine unterirdische Republik, weisst. Wenn wir da nicht das Essen abbauen. Das Essen mal? Ja. Das macht unser unbezahlter Praktikant an. Das macht das schon ganz gut. Nein, weisst. Wir sind hier ganz produktiv am abbauen. Aber ich glaube nicht, dass ich das hier Erfolg machen werde. Weil ein wenig Abwechslung muss sein. Ja. Ja. Also wir können darüber reden. Ähm. Also ich will nicht darüber reden, wie es heute guckt. Also neue Features in unserem Kanal. Ähm. Jetzt so. Der Fabio ist halt dann immerhin jetzt weg. Ähm. Und dann können wir das auch gerade als neues Ding benutzen. Als neue... Als neue Season, sagen wir immer mal so. Es ist so. Es ist auch eine Sommerferie dann bald fertig. Und dann als neue Season benutzen. Also nein. Auch nicht fertig. Ich glaube die kommt gerade noch mit in die Sommerferie raus. Einfach so. Also nach der Sommerferie. Also nach der Sommerferie. Ist so eine neue Wooden-Season. Also neue Wooden-Media-Season. Also neue Wooden-Media-Ära. Ähm. Da wird glaube ich einer. Ehm. Fabio ein Platz übernehmen. Aber wir wissen es noch nicht. Und wir werden sicherlich viel mehr. Mit anderen YouTubern machen. Und jetzt eben. Ein grosses Hauptthema. Ich mache das eben. Unbedingt auch auf Hochdeutsch. Die ganze Lesböse machen. Weil auf Hochdeutsch. Zum Glück auch alle Schweizer. Alle Schweizer verstehen das immer noch. Obwohl wir auf Deutsch reden. Und auch. Ähm. Die Leute die nicht. Aus der Schweiz kommen. Sprich. Deutschland, Österreich. Die haben dann. Ähm. Die sollten ja auch. Eine Möglichkeit haben. Unsere Videos. Anzuschauen zu können. Und. Und uns richtig zu verstehen. Ähm. Wo ist überhaupt Fabio? Wo? Also. In Gotham. Der geht nach Amerika. Nach einem Jahr. So ein Ausland auf dem Salz. Und der kommt durch. Nach einem Jahr wieder. Zurück in die Schweiz. Das. Ja. Ich mache das nicht. Ich kann nicht. Ähm. Ich möchte auch. Also. Amerika. Ferien. In so. In so. In so. Ich würde mich mega gerne. Aber dort zu leben. Nein. Nicht unbedingt. Auch wenn es vielleicht ein Jahr ist. Also. Ich würde es nicht unbedingt gerne machen. Nein. Und du. In so. Da. Dann. In. In so. In so. In so. Da. die Aufgabe hatte und sie mit einer Facebook-Seite zu betreuen, hat es aber nie geschafft. Ich weiss nicht, ob er keine Ahnung hat von Facebook, dass er einfach nicht checkt oder dass er nicht wusste was er machen sollte. Aber ja, ich habe es vor 1000 Mal gesagt, einer sollte nach jeder Folge einen kleinen Post schreiben bei Facebook, ein Screenshot, dass die Folge angekommen ist. Aber er hat es bis jetzt noch nie geschafft. Doch, einmal kam, aber das habe ich nicht gemacht. Ich weiss nicht, und da denke ich mir schon, also denke ich mir schon, was läuft falsch? Ist das der Video mit so einem Lagerbücher? Ja, ich glaube das ist der zweite Folge. Ja, und eine Facebook-Seite wird der Wettbewerbler und dem Archiv tun wir und Minihand, deine Instagram werden wir auch noch hinzuschicken und Twitter. dass wir dann unsere Community noch besser aufbauen können. Also, ich würde mich jetzt alles machen. Hä? Oder was? Ja. 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 Also ich mache alles als Social Media. Das mache ich halt. Ich versuche das auf dem Social Media-Trip. Oder? Ja. Ja. Ich glaube ich mache durch die Effizienz 4 Speziale Trip ab. Und mache, ob ich auch vorgesehen kann, dann durch meine Effizienz 5 Speziale Trip. Oder ist es gut? Oder gibt es auch Effizienz 5 Speziale Trip? Nein. Also Effizienz 5 ist schnellste. Ich habe zwei Effizienz 4 Speziale Trip ab. Ja. Und dann habe ich Effizienz 5 Speziale Trip ab. Und was finde ich effizient überhaupt? Dass du so schnell abbrauchst. Sehr schnell ist und mich schnell abbrauchst. Und dass ich jetzt nur eine Effizienz 4 Speziale Trip ab. Hm. Prost jetzt. Hä? Ich nehme doch eine Trip-Bug. Nein. 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 Adi, ich bin jetzt halt effizient. Wird schon scheit ich mir die zurückgehalten. Ohne Scheiss, Mann. Nein. Cut. Das ist dann du. Okay. Ähm. Ich bin nochmal neu gejoint. Und dann habe ich noch nichts in der Hand gehabt. Nein. Aber jetzt geht es schnell weiter. Ich glaube ich mache noch die Reihen und dann gehen wir hoch. Dann stehen wir noch in der Ferien, wenn ich das aufnehme. Und dann währenddessen das Zeug aufnehme, bin ich in der Ferien. Wir gehen drei Wochen nach Indonesien. Ja. Ja, ganz schön. Ja, ganz schön. Ja. Ja, ganz schön. Ich zeig das. Und die Kelle hier, Travis. Ja. Und alle zuschauen. Die würde dann, äh... Ich habe gesehen, das ist mega riesig. Ich würde dann durch eine Lava-Brunne bauen. Also so sechs Lava-Brunnen. Und dann kommt man einfach so rein. Und dann kommt man einfach so rein. Und es bald wieder rein kommt. Er würde dann am Rand, oder... ...at dem Raum... ...wette dann... Er würde dann... Er würde dann... Er würde dann so viel... ...ab... Er brennt dann so viel. Und dann die Lava-Brunnen... ...äh... ...übel Brunnen brennen. Er ist in der Zuge. Hä? Das zu bauen. Was? Er hat super da ein bisschen... ...und ja, sehr viel Redstone. Sehr, sehr viel Redstone. Aber du... Aber du musst einfach... ...ehh... 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 ...und dann hast du alles gesehen. Und dann, wenn man sofort... ...und dann wenn man sofort... ...und dann wenn man rausgeht... ...dann die Lava... ...wette dann wieder abstellen. Und... ...und ähm... ...ehh... ...lava Brunnen abstellen. Und dafür... ...wette... ...wette... ...mit so... ...ehh... ...ehh... ...blössig sie wieder raus. Aber das ist... ...ab... ...das ist mega viel... ...ehh... ...es ist ein Mammul-Projekt. Aber dann weisst du auch was... ...da was machen kannst. Da in dem... ...in dem Projekt... ...der Wooden City. Heilo, heilo. Wenn du Wettsturm holst und du hast viel Wettsturm von Gapau. Ich weiss. Mein Kripp-Bruder verfolgt uns ja letztlich auch schon sehr fleissig. Gell Travis? Zum Glück auch. Aber ich liebe die Effizienz. Ich würde sagen, oh, keine Chance. Ich würde... Ich würde... Zack, 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 zack. Ah, der. Wir fliegen... 9 Stunden müssen wir fliegen, Travis. Hä, was? Wie viele Stunden müssen wir fliegen? 9,6 Stunden. Nein, ungefähr 16 Stunden. Wir fahren mit dem Zug nach Zürich. Dann... Also nach... Zurück zum Flughafen. Dann gehen wir... Von dort ist fliegen wir nach... Singapur. Und von uns in Singapur... Fliegen wir nach Jakarta. Ja. Ja, weil dort haben wir unsere... Ein reichlich freier Mannschaft und... Gell Travis. Ja. So, ich glaube wir haben genügend zu abwarten. Und dann... Zu sagen... W Del振 zu enden... honored! Herr Eure Biennach. Welkommen... ... ... ... ... ... ... ... Große Z Liquid. Ich würde sie den... Ah ja. Ich sag's wie mit Kat, ich muss ihn nicht mehr machen. Oh nein. Hm, ja okay, denne. Können wir mal wieder rufen da. Ja. Aber ich freue mich schon mega darauf, das Mamut-Projekt in Tatum zu setzen. Sprich, ich hoffe, dass Mamut in a City weiterführer werden muss. Nach einer neuen Saison, aber ich weiss es nicht genau. Es kommt mir vor, weil wir dann auch andere Projekte haben. Auch so längere, wo man auch etwas bauen muss. Einfach mit Modpack. Und das mit anderen YouTubern. Und dann muss man schauen, wie das läuft. Aber ich persönlich fände es schade, dass ich hier abbrechen würde. Aber ich glaube nicht, dass wir das machen. Ich setze mich durch. Oder nein, ihr könnt euch sagen, was ihr wollt. Was ihr wollt, natürlich. Uns kommt auch aufnahmetechnisch auf. Blablabla. Du musst nicht etwas in der Zeit abbauen. Nein, wir haben genügend. Für was braucht man. In der nächsten Frage brauchen wir die Brau. Also, wir sind auch die kleinen Anlachen missten da. Und ich würde sagen, dass ich sie mit dir auf eine Video folge. Vergesst nicht, abonnieren und überstudieren. Und ihr werdet, wäre auch immer geil. Dann, Travis. Sag Bye Bye. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye.